Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt, oder zu einem weiteren Livestream. Und zwar spielen JokerTV und ich heute bei Minecraft Dungeons. Ja, Kuiper bald. Die kennen wir doch schon. Ja, ich sag doch, wir müssen jetzt nochmal die ersten zwei spielen, die wir schon halt in der Beta gespielt haben. Aber ich würde mal sagen, wir werden noch. Wie gesagt, die Anhaltsschwierigkeit gerade später mal ausprobieren, weil wie gesagt, wir können sie mit einem Level freischalten. Ja. Und da ist der Ballweiser weg. Auf Geheiß des Erzillager sind nun alle freien Bürger Feinde des Imperiums der Illager. Irgendwo in diesen Wäldern bringt eine Karawane gefangene Dorfbewohner in ein weit entferntes Gebiet. Finde die Karawane und stoppe die Illager. Oder den Dorfbewohnern droht ein unaussprechliches Schicksal. Wie gesagt, dass Ois es wieder gut ist. Die Village kann auch durchhalten. Ja, und da hat ein Feuer. Puff. Ups Ok es gibt auf jeden Fall 2 Ketten Ok es gibt auf jeden Fall 2 Ketten, also mal probieren wir raus Ok Ok Hm Kann mich nicht bewegen Oh Noch 9 und 2 Ketten Ich wollte ihn abwürgen Pfff, Pärre. Da will der bei mir immer gleich den Bogen aus. Hä? Ich versteh's nicht. Oh ja. Ähm, äh, ging's hier mit der Bogen? Schieß noch mal. Ich hab' auch bemerkt. Die war auch gefehlt. Hm, so'n Trank. Die sind ja easy zu töten die Skelette. Ich spiel' auch aus dem Spiel. Ich hab'n Pfeil im Gesicht. Ich hab'n Rettung. Ich hab'n Rettung. Ich habe auch nicht Bock das Spiel mit einer Reise zu spielen, dass er so viel spielt. Jetzt kann man zum Beispiel schnell wieder zum Spiel. Mhm. Weg Schnitzeln. ... ... ... ... ... ... Oh 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 da habe ich es auch bekommen ja wie fühlte ich an Oh, jetzt kommen diese komischen Tina, oder wie die heißen. Und dieser... Was? Scheinlich! Dürfen nicht... Hier ist Spinnen. Haben die Spinnen jetzt getötet? Ja, ich hab das Hausbüter vorne... Hm, die Spinnen in der No-Eason getötet. Ja, ich hab das Hausbüter geblieben. Also, eh, man schießt wieder vor. Was haben wir noch eingetragen? Hm, Apfel und noch was anderes. Wie gefährdet ihr meinem Eus-Design? Das habe ich ja gefunden, als er das schon abdreht auf den Wolfsgestoen hat, die bringen noch ein Pistole an. Wir müssen irgendwie durch. Ich weiß. Ich denke, ich weiß kann es nicht. Ich glaube ich kann es nicht mehr an Menschen in diese Hand sein. Es ist ein Pistole an. Ich bin ein Pistole an. Aaaaah Hinter die Zombie Ich weiß es nicht Ich bin nicht wieder oben Ich hab den Weg zurückgestellt Aaaaah 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 Mindestens wird der Spielschrank Für Aaaaah 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 Aber das sollte jetzt Geschichte sein Aaaaah 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 diese dorfbewohner wurden dank deiner hilfe aus den klauen der illager befreit